hallo ihr lieben heute geht es endlich los mit dem adventskalender und ich bin schon so aufgeregt ich freue mich schon total und ja es ist ganz früh am morgen noch ist noch dunkel draußen und ja ich habe es mir jetzt hier erstmal ein bisschen bequem gemacht mit meinem käffchen und der kerze und habe schon meinen anderen adventskalender geöffnet und zwar habe ich von meiner mama einen mit kinder schokolade bekommen und ich liebe diese schokolade ganz ehrlich und da war heute ein drin und ja das habe ich mir dann mal hingelegt und jetzt würde ich gerne die sachen von der lieben bluba auspacken und ja ich bin schon echt total gespannt sie hat mir hier noch so ein umschlag mit reingelegt am ersten dezember aber vor dem ersten päckchen öffnen ja hier ist das päckchen nummer eins und ich würde sagen dann mache ich jetzt erstmal den umschlag auf auch total süß und schau mal rein das ist eine karte ja saukool ich guck mal rein moment sie ist sehr geschrieben juhu es ist soweit das warten hat ein ende endlich kannst du die päckchen öffnen ja genau ja aber immer nur einen tag ja ist klar mache ich auf jeden fall und ich finde das ist eigentlich auch eine ganz coole idee ja sich hier morgens das schon mal so ein bisschen ja so in den tag zu starten einfach so mit kaffee und was auspacken und nach dem frühstück vielleicht noch ein bisschen schoki und dann hier basteln oder so finde ich eigentlich ganz cool und ja deswegen machen wir jetzt mal päckchen nummer eins zusammen auf das washi ist auch total schön das aber glaube ich nicht vom action das habe ich zumindest da nicht gesehen sehr hübsch wenn man gar nicht kaputt machen ist auch total lustig ich habe ihre päckchen auch in so einem ja wie nennt man das dieses kraft papier oder so eingepackt nur mit ich glaube weihnachtsbäumen aber das könnt ihr dann bei ihr auch sehen ich werde euch den kanal noch mal verlinken in der infobox und dann könnt ihr auch mal bei ihr vorbeischauen was ich ihr geschickt habe da sind die steinchen drin hier die glitzer steinchen und ja die sind mega in blau drei verschiedene farben ja richtig cool die kann man immer gebrauchen freue ich mich mega drüber total cool und so sie ist die karte die stelle ich mir hier irgendwo hin ja ihr lieben das war es dann auch schon von mir wird jetzt wie gesagt jeden tag ein kurzes adventskalender video geben was irgendwie ja ich könnte eigentlich auch das ei mit euch noch aufmachen oder habt ihr da interesse dran ist nicht jeden tag ein ei drin aber wenn jetzt schon mal eins drin ist kann ich eigentlich mit euch aufmachen ich glaube da sind nämlich auch weihnachts sachen drin machen wir das auch spontan einfach mal auf ja da sind nämlich auch so süße weihnachts sachen drin der ganze papierkram hier auf jeden fall ist hier so ein süßer pinguin drin total putzig und ja ich habe keine ahnung kann dann regen draus machen oder was sieht aus wie ein ring ja total lustig kann man ja auch irgendwo anders dran hängen oder so ja finde ich total süß der ist echt putzig hier der kleine dann stehe ich auch mal dahin schauen wir doch mal gerade nach ob ich richtig geraten habe oder ich denke aber schon so keine ahnung auf jeden fall die sind so süß da werden noch mehr drin sein so ihr lieben ja dann würde ich sagen ich wünsche euch eine schöne ja eine schöne adventszeit wünsche euch viel spaß beim auspacken eurer kalender und ja dann sehen wir uns morgen wieder hier bis dahin tschüssi 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 tschüssi